Wie kommt ein Kaufvertrag zustande? Fragezeichen. Nun, ein Kaufvertrag kommt zustande wie jeder Vertrag durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen. Durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen. Und diese Willenserklärungen, die da übereinstimmen müssen, haben bestimmte Namen. Das eine heißt Antrag, was heute kein Mensch mehr sagt, außer beim Heiratsantrag. Da sagen wir Angebot und die zweite Willenserklärung ist die Annahme. Und wenn die inhaltlich übereinstimmen hier, dann haben wir einen Kaufvertrag. Also es gibt praktisch zwei Antworten, die man geben kann. Wie kommt ein Kaufvertrag zustande? Durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen. Oder man kann sagen, durch Angebot und Annahme. Oder man kann es verknüpfen. Man kann sagen, wie kommt ein Kaufvertrag zustande? Durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen. Die eine heißt Angebot, die andere heißt Annahme. Wollen Sie lernen ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Der führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Vielen Dank.